Weiß ist am Zug und greift hier fulminant an. Wie können wir hier den schwarzen König matt setzen? Drei Züge dauert es, spätestens. Wir opfern hier die Dame auf G7. Schwarz muss die Dame nehmen. Turm G7. Läufer G7 ist das gleiche. HG7 und dann ist es sofort matt. Das sind sogar nur zwei Züge. Hier Turm G7, H-Schlicht G7 öffnet die H-Linie. Das ist ein Doppelschach. Der Bauer ist gedeckt. Der König muss nach G8. Und jetzt kommt Turm A8, ein wunderschönes matt. Habt ihr bestimmt alle gesehen? Da bin ich mir ganz sicher.